Oh, aber das ist klausal, jetzt ist es mir so blöd. Ja, nehmen wir ihn hier, wenn sie den, 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 den. Die Talare hat sie mir in. Ordens gehören. Please get light. Ja. Es dauert nämlich nicht mehr lang. Diese Grunde ist straf, für Strafgericht. Nicht mehr lang dauert nicht. Aber dürfen Sie keinem. Ja. Ich stehe unter Ihrem Schutz, aber sehe ich die Jungfrau. Ich habe sehe dich die Jungfrau, Maria wird es nicht zulassen. Ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich stehe unter Ihrem Schutz. Und die springen noch so viel urscheinander und ausstrahlen hier draus, dass es nicht mehr was angekündigt. Das ist wahr, was angekündigt. Was? Oh, du, das Ding weg. Den hat es nie gegeben, den Gölbe. Ja, doch, den gibt es, den hast du gegeben. Den hat der Pio, den hast du gegeben. Ja, hat mir sowieso noch abgeluchst, der. Ja, du hast die allerhandelhaft gewusst. Ja, du hast die allerhandelhaft gewusst. Ja, du hast die allerhandelhaft gewusst. Ja, du hast die aller seligen Jungfrau, Maria. Scheiße, keine Wachen, weil die Muskeln. Nein, nein, nein. Nein, nein. Den Namen der aller... Das ist das Luchter. Ja, nein. Das Weihwasser. Scheiße. Das Weihwasser. Scheiße. Was? Ja, Dul Dann stelle ich den Jungs raus, um die Befehle, um die volle Wahrheit zu sagen. Dann dreifalte dich vor Gott, Befehle für die volle Wahrheit zu sagen. Warum zwingest du auszufahren? Weil ich noch nichts sage. Weil du noch mehr zu sagen hast. Sag die Wahrheit. Ja, das würde ich den Jungs brauchen, um die Wahrheit zu sagen. Ja, ich muss noch... Ich muss noch... Ich muss noch mehr sagen. Wenn ich mich nicht so zwingere, ich würde alle teuer in Gott und Gläschen. Und euch nicht zu, ihr wettet den Schritt mehr gehen. Aber wir stehen an diesem Schiff, aber so nicht im Hirnplan. Die kann mich so zwingen. Warum bist du überhaupt hier? Warum bist du überhaupt hier? Ich habe recht dazu, dass ich in dem Weib drin bin. In welchen Weib? In der doch. In welchen Weib? In der doch. 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 Und die andere nach. Dann werde ich unterladen. Wehe, wehe, wehe. Bäh. Im Namen des weiblichen Gottes. So bin ich dir seit die volle Reise. Das wird viel lieb. So, jetzt krieg ich die Arnuff der Arie-Drecksurie. Für den Zellgärten ein Pfarrer, du. Der wird den dort drinnen, du. Ja, ja. Für den müsst ihr beide. Oh, dann stehe ich ja ein bisschen im Graben euch. Denk uns, es geht im Graben euch. Warte es, du Muttern! Also noch mehr, Söche. Oh, mehr als genug. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ich sehe die Arnuff der Nominale Fathers. Und du, der Spiritus Sancti, der Locum Spiritus Sancto, der Hauptsiedelungslein der Brut, sind sie Jesu Christi Dominion Astro, geschehen und gewaltend. Seid ihr zufrieden mit den Änderungen? Sag mal die Wahrheit. Diese Änderungen, die gefallen euch. Sind die gut? Ja. Sag die volle Wahrheit. Seid ihr Einverstanden mit dem, was die Kirche da geändert hat? Ja, sehr. Ja. Sag im Namen der Allerwählsten Jungsfrau, des drei heutigen Gottes, die volle Wahrheit. Ich sollte mit diesen Änderungen der Gebete zufrieden. Die neuen Reformen, die wollen uns sehr gut. Ja, das ist die Neu. Ja, das ist die Neu. Nein, ich weiß nicht. In meiner Jahrzehnte. Ja, wisst ihr was? Oh, brennt in der Donne! Oh, das ist eh, oh... Leben, nachdrehen sollen, sagt die Wahrheit. Wir haben die drei Wege, die Gott ist, sagt die Wahrheit. Nachdrehen sollen, sagt die Wahrheit, sagt die ganze Wahrheit. Da unten in der Hölle, da unten in der Hölle, sagt die ganze Wahrheit. Da unten in der Hölle, sagt die ganze Wahrheit. Sagt die ganze Wahrheit. Wir hoffen noch mehr was drin. Wir hoffen noch drin. Da gibt es noch mehr von der Sonne. Kehrt werden. Wir haben den Jesu. Wir haben den Jesu gefühlt. Und der ist heute mit der Rottenhäuser. Gibt es noch mehr? Oh, ich sage mal schnell, das braucht doch nicht zu wissen. Nein, das braucht man nicht zu wissen. Gibt noch mehr. Das ist das Neue. Das habe ich nicht gern. Den geht allen so wie dir. Das heißt, ihr alle am Recht, ja? Ja. 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 Das kann ich gut. Ja, das kann ich gut. Ja, das kann ich gut. Ja. 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 Das Kind des Gottes führt euch nicht, aber in der Anneliese, die alle, die sich hören, nicht dir. Die musst du freigeben. Die musst du freigeben. Woher blachen wir sie noch, da sind noch. Das wird die Leute jetzt moralisch. Das ist ja schon umgeladen, wie halber Mensch ich umsauge. Woher ist die Schulter an? Wieher, wieher, wieher? Aber stehe doch! Der lässt mich zu. Der lässt mich zu! Der lässt mich zu! Der lässt mich zu! Der lässt mich zu! Ja. Damit die rotzen. Damit die... Das hat das Willkens und die Wahrheit. Ja, die rotzen. Also die... Ja. Die rotzen. Die rennen sich damit nach Seele. Die saugt sie. Die dumme Sau, die verfluchte. Die Anneliese, die hat noch viele Seelen mitreißen. Ja. Die toddy, toddy, so. Was ist das? Die muss dir noch viele Seelenabstände machen. Ja. Die entfüchelt ihr sie viel, Vater, nicht? Ja. Die zu mir wird ihr sie viel, sagt uns und ihr Seelen werden gerettet. Ja. Die. 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 Aber die Prüfung schaffst du nicht dafür. Sagst du mir die Sau, die Hase, die versuchte. Aber der Sau, die Sau. Aber als echt die Jungfrau wird sie schützen und wird dich vertreiben, dass du dir nicht schaden kannst. Und dann kannst du nicht ran, nur soweit sie dich lässt. Hier, sag mir den Namen. Weil ich, der Juden und der Nero, der Kain und der Hitler fützt immer. Und das versuchst du? Oh, den haben wir gelogen. Den haben wir zu dir gehört. Wann hat es? Oh, ah, wenn, 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 wenn. Wenn? Wir gehen in den Schritt raus. Bis dann. Wenn. Am. Dann geht ihr raus. Da muss die raus. Dann geht ihr raus. Warum kraftst du denn? Am. 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 Jedes Tier, die sich beugt. Hallo, von Domino Jesu, Christo. Die Verholmen, der Sankt mit den Sohn, sagt Gott, ist ihm um Wusit. Die, wo die Scheiß, die Scheiß, die gebaut wird, wo du draus, so ein Schibach. Ja, wo, 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 die Scheißding, wo du da oben bist. Was ist mit dem? Die, die das gebaut hat, die du sagst. Ja, was ist mit dem? Die, 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 die hilft doch jetzt mal. Die hilft doch jetzt mal. Sehr. Nein. Was ist Bescheid? Die Barbara Weigern, die Barbara Weigern hilft, die da doch jetzt mal. Die hilft doch jetzt mal. Also, nee. Vater der Lüge sagt, die volle Wahrheit im Namen des Vaters und Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nein. Die Barbara Weigern möge sich bewachen und möge der Anneliese alle Zeit helfen. Nein. Die Barbara Weigern wird zur Seite stehen und Anneliese helfen. Nein. Die Barbara Weigern wird Anneliese helfen. Mein Name des Dreifaltigen Gottes und der Allerseeligsten Jungen, Frau Maria. Sag die volle Wahrheit. Hast du denn so Angst, was ein bisschen Papier? Hast du so viel Angst, was ein bisschen Papier? Es handelt sich um ein Stück Papier, auf dem Barbara Weigern ihren Namen geschrieben hat. Das ist doch das Papier. Warum machst du dieses Papier? Warum? Weil es von der ist. Von der? Ja. Von der. Von der. Von der. Von der. Von der. Von der, die heute drüber ist. Das sind doch viele, oder? Viele haben sie. Ja. Die, 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 die da das Ding gebaut hat. Die, 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 die ...die Schatz aus Überfluchten. Barbara Weigand. Und wer ist das? Die Barbara Weigand wird Amelise helfen. Daher kann ich den Junker befähigt, wie er sagt, die Wahrheit. Sie haben das drauf. Ich habe die Aron ausgeschafft. Sie wird dir helfen. Wir haben den Kindern in allen Zeiten gegeben. Wir haben den Kindern in allen Zeiten gegeben. Die Kinder in der Heiligen Zeit. So, wir lassen sich in Ruhe. Ich lach nicht. Wir haben nie Ruhe. Bei uns gibt's keine Ruhe. Warum warst du keine Ruhe? Warum warst du nicht so? So unerkannt. In der Hölle. In der Hölle, ja. In der Hölle, ja. In der Hölle. Was? Aber yeah. Das ist so sehr machte, ja. Wie darst du an Ausatmen an ihm? Winen, ja. Wie trägt das in Millionen als Mutter. Wie trägt das in Ordnung an ihm. Wie trägt das in Ordnung an ihm. Es geht um die Kirche in Tschibach und um die Sache in Balbera. Die Kirche gebaut hat. Warum suchst du das Bild von Tafin? Ich schreie ihn nicht. Du hast gebaut und in Zeitluft. Sie haben den Schiff an, meinst du? Ja. Aber ich schreie ihn nieder. Wenn es dir der Herrgut erlaubt ist, aber die sind mächtiger wie du. Der Mächtige, der eucharistische Heiland ist mächtiger wie du. Der Rotte ist die Jungfrau, ist mächtiger wie du. Aber die Rotten haben wir uns und schreie alles von mir. Im Namen des Dreifaltigen Gottes sag die Wahrheit. Im Namen des Dreifaltigen Gottes gefehle ich dir, sag die Wahrheit. Im Namen des Dreifaltigen Gottes gefehle ich dir, sag die Wahrheit. Im Namen des Dreifaltigen Gottes gefehle ich dir. Im Namen des Dreifaltigen Gottes gefehle ich dir, sag die Wahrheit.